Auf links seid ihr auch? Ihr habt den Marktfliegen gebrochen, das wisst ihr, indem ihr mich täglich angekippt habt. Wo sind die Wachen? Wachen! Ihr ruft nach den Wachen schon wieder. Immer nach den Wachen. Nehmt euer Gewehrt oder ist es ein Krisenmesser, was ihr da habt. Lasst es uns austragen, wenn es im Staat üblich ist. Die Wachen da sind, werdet ihr ihren Kopf verloren haben. Jetzt ragt eure Nase sehr hoch. Das gibt ein gutes Ziel. Zu kurz, kurz und schlicht und getrunken. Was meint ihr, was ihr seid als Schwerkämpfer? Was seid ihr? Was war das? Schlechten Stil habt ihr. Oh, sprach ich von Stil? Euresgleichen, wir sind es überhaupt kein Stil. Gebt das und dies. Lasst sehen, ob ihr noch mehr beherrscht. Und, ihr müsst euren dicken Banz verschneiden. Auf den Kopf gebe ich euch. Kommt da. Zeigt ihr doch, was ihr könnt. Der alter Mann. Ich werde es jetzt besser tun. Unbewegt nicht so ein Spett. So ein Spressen. Und immer nur am Huren. Mit eurer Schwester. Ein schlechter Versuch. Ein schlechter Versuch. Tut, was man kann aus, alter Mann. Aber passt auf euren Kopf. Und, ihr habt mich beleidigt. Ihr seid ganz schuldig. Ich hätte mal ein Schwerkämpfer. Nichts gezogen. Ihr habt aber meine Schwerter gezogen. Und, ihr wisst, dass ich den Markt friedvoll gebrochen habe. Und, dass ihr... Soll ich mir den Kopf abschlagen lassen, wenn er mich zu viel beleidigt hat, mit dem Schwerter. Und, es los geht. Ihr könnt euch nicht einfach hier sagen, was bin ich denn hier? Sind ich hier vielleicht auch hier? Alles was? Ich bin hier. Und, ihr habt mich gebrochen. Das ist doch... 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 Sekretarius, sagt was! Wir sehen die Worte! Wir könnten, wir könnten die solche Anklageschüsse verfassen. Wir könnten berichten. Ich bin außer mir! Außer mir! Ich bin... Aber wir könnten, wir könnten doch anklagen. Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Come gucken. Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Denkwende Kaverde! Du Entfernung! Was ist gesund! Vielen Dank.